Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer zu dieser Experten-Interviews-Reihe mit Expertinnen und Experten rund zum Thema der synthetischen Biologie. Mein Name ist Franka Butzbach. Ich bin Studierende an der Universität Zürich und Teil eines Teams an dem größten internationalen Wettkampf für synthetische Biologie. Mit mir heute ist Herr Martin Haab. Er ist Schweizer Nationalrat als auch eidgenössisch diplomierter Landwirt. Martin, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Dürfte ich dich kurz um eine Vorstellung deiner Seite bitten? Wie gesagt, mein Name ist Martin Haab. Ich bin in erster Linie ein Bauer, und zwar ein leidenschaftlicher Bauer. Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb im Zürcher Säuleamt in Metmerstetten, wo ich zusammen mit meiner Familie und meinem Sohn bewirtschafte, einen Milchwirtschaftsbetrieb, mit dem Ackerbau, der dazugehörig ist. Dann hast du es gesagt, ich bin noch Nationalrat seit dem Sommer vor einem Jahr und seit diesem Sommer auch Präsident vom Zürcher Bauernverband. Danke dir vielmals für die Vorstellung. Darf ich dich fragen, was verbindest du mit synthetischer Biologie? Also mit dem Wort synthetische Biologie ist natürlich mein erster Gedanke als GMO, also genmodifizierte Pflanzen. Ich habe Ende der 80er Jahre in der USA gearbeitet, auf einem grossen Ackerbaubetrieb. Und ein paar Jahre später sind ja dort die ersten Feldversuche oder die ersten Pflanzen im Grossanbau gepflanzt worden, vor allem Mais und Sojabohnen, die gentechnisch verändernd waren. Ich habe am heutigen Tag immer noch sehr guten Kontakt zu diesen Familien und ich habe das spannend gefunden und auch intensiv verfolgt, was dann die Resultate aus diesen neuen Mais-Sorten und vor allem aus den Sojabohnen-Sorten heraus ist. Und da habe ich mir eine Meinung bilden können. Das ist vielleicht der erste Gedanke, der mir kommt bei synthetischer Biologie. Aber ich glaube auch von meiner Hauptbeschäftigung, nämlich von der Tierzucht und dem Umgang mit den Kühen, haben wir auch sehr früh angefangen, neue Technologien einzusetzen. Ich sage Embryotransfer, den wir auf unserem Betrieb schon in den 90er Jahren gemacht haben, bei unseren Tieren. Und natürlich heute die ganzen genomischen Analysen, die man heute vom Erbgut eines Rinds oder eines Kalbs macht. Das sind sehr spannende Sachen und da bin ich eigentlich an vorderster Front aktiv dabei. Natürlich in der Praxis und nicht in der Wissenschaft. Du hast also direkt auch mit deinem Betrieb persönliche Erfahrungen. Hat sich das über die Zeit geändert? Es sind ja jetzt rund 20 Jahre der synthetischen Biologie und auch der Biotechnologie. Hat sich da etwas geändert von deiner Einstellung her? Ich glaube, man ist schon sensibler worden. Vor allem, weil in den letzten 10-15 Jahren der Konsument sehr sensibel wurde auf das Thema. Und wenn ich zurückdenke, in den 90er Jahren, wo die ganzen Sachen in den USA losgingen sind mit dem B-T-Mais, also B-T-Corn und dann auch mit dem Roundup Ready Sojabeans, da sind die amerikanischen Farmer voll euphorisch gewesen und hatten das Gefühl, jetzt ist die Goldgräberstimmung, jetzt können wir mit wenig Aufwand einen Haufen Geld verdienen. Und relativ schnell haben Sie gemerkt, aber auch ich habe das miterleben können, dass eigentlich auf der Seite des Bauern relativ wenig übrig geblieben ist von einer besseren Entlöhnung oder höheren Preisen oder so. Faktisch ist eine Menge angestiegen, vor allem beim Mais, weil man die Verlust nicht mehr hatte, von diesen Insekten. Dann sind einfach Preisen runtergefallen. Die Leistungsfähigkeit der Betriebe hat gewaltig zugenommen. Als ich in den 80er Jahren war, haben wir bei den Sojabohnen noch von Hand gewisse Auerkräuter gespritzt. Also wir sind den ganzen Feldern nachgegangen, «Beanwalking» hat das geheissen und haben die Problemauerkräuter ganz gezielt mit Roundup, also mit Glyphosat, so gespritzt. Und in dieser Zeit, in den 90er Jahren, wo man dann flächenweise die genmodifizierten Sojabohnen flächendeckend spritzen konnte, ist das natürlich weggefallen. Die Farmer sind wesentlich leistungsfähiger geworden und haben viel grössere Flächen bearbeiten können, aber schlussendlich unter dem Strich ist nicht mehr geblieben für den einzelnen Farmer. Und auch in der Tierzucht ist es vielleicht, und das sind Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, da ist man auch in den 90er Jahren war, ist man eben mit Embryotransfer. Ich hatte eine der ersten Kühe, die man hier im Tierspital oben in vitro-Fertilisation gemacht hat. Das war Ende der 90er Jahre. Und das hat zwar nicht geklappt, es gab keine Trächtigkeiten am Schluss, aber man hat dann probiert und pröbelt und hat das Gefühl, wenn man da jetzt mitmacht, dann ist man plötzlich ganz vor an der Spitze. Und das hat nicht stattgefunden. Und heutzutage ist der Embryotransfer, gerade in der Rindfettzucht, wieder wesentlich stärker zurückgedrängt worden, weil die Bauern finanziell eigentlich nicht irgendeinen Benefit bekommen haben. Es war mehr ein Hobby für gewisse Reisen als auch für mich. Und heute ist es so, dass wir vielleicht alle zwei, drei Jahre mal ein spezielles Tier, einen Embryotransfer machen, aber sonst hat sich das eigentlich nicht rendiert, rein ökonomisch gesehen. Hast du einen grossen Unterschied zwischen der Einstellung von amerikanischen Bauern und Schweizer Bauern festgestellt? Schweizer waren ganz sicher viel kritischer. Die Amerikaner sind natürlich dort viel öfter. Und vor allem in der amerikanischen Gesellschaft findet man wahrscheinlich nicht die Menge oder hat in der Vergangenheit nicht die Menge gefunden, die irgendwie eine Frage gestellt hat, ob jetzt das Tier mit gentechnisch verändertem Mais oder gentechnisch verändertem Sojamal gefuttert worden ist. Das war wahrscheinlich den Amerikanern zu 99,9 Prozent Pippen Schnurz. Heute gibt es wahrscheinlich auch langsam eine Entwicklung, wo man das ein bisschen hinterfragt. Aber da ist der Schweizer natürlich viel, viel kritischer. Wir sind ja auch in unserer Gesetzgebung eher zurückhaltend. Hast du irgendeinen Zusammenhang mit der Gesetzgebung im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Tierwirtschaft, mit Biotechnologie? Also es gibt gewisse Sachen in der Schweiz, die sind nicht erlaubt. Also der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ist nicht erlaubt. Jedoch die Fütterung von gentechnisch veränderten Pflanzen, also man redet jetzt vor allem in der Schweiz, ist relevant das Land Mais und Sojabohnen. Wäre eigentlich nicht verboten, vom Gesetz her gesehen. Aber es wird nicht gemacht und das darf es eigentlich niemand machen, weil in allen den Labeln, wo wir sind, Bio sowieso, aber auch integrierte Produktion, ist überall, sagt der Abnehmer, wir wollen kein gentechnisch verändertes Futter, also kein gentechnisch verändertes Soja und schon gar kein gentechnisch verändertes Mais im Futter. Und das hat sich durchgesetzt und wenn ich jetzt würde, eben, ich kann ja nicht ein paar Säcke kaufen oder eine Tonne, ich müsste eine Schiffsladung kaufen, wahrscheinlich an Basel, das wäre theoretisch möglich. Aber ich kann auch den Kühen futtern, ich darf sogar futtern, aber ich kann das Produkt nicht mehr verkaufen, weil ich keinen Abnehmer mehr habe, der das Fleisch oder die Milch am Schluss nimmt. Ich finde, das ist gut, das ist gut so, weil der Konsument ist kritisch, er will das nicht. Für uns in der Schweiz, wir schauen das als Standortvorteil an. Als Bauern habe ich das lange nicht verstehen können, dass wir die Auslobung nicht besser machen in diesem Land. Also wir haben eigentlich unsere Produkte, nehmen wir jetzt als Beispiel den Käse, haben wir nicht auf dem europäischen Markt, auf dem Schweizer Markt, nicht dürfen verkaufen mit einem Siegel. Das Tier ist ohne gentechnisch verändertes Futter gefüttert worden. Das ist nicht erlaubt gewesen, vom Schweizer Gesetz her, weil dort heisst es ganz klar, sämtliche Prozesse dürfen nicht gentechnisch verändernde Materien haben. Und wenn wir jetzt beim Käse anschauen, der Lab, den man braucht beim Käse, ist gentechnisch produziert. Und darum hat man das nicht dürfen. Und wenn man das vergleicht mit der Europäischen Union, dann gibt es ein Siegel, das heisst gentechnisch freie Fütterung. Und dort ging es nur um die Hauptbestandteile gegangen, also über die Hauptbestandteile vom Futter. Wenn die gentechnisch frei sind, dann darf das Produkt, der Käse oder die Milch oder was auch immer, als gentechnisch frei produziert ausgelobt werden. Und dort hatten wir einen Standortnachteil, ist jetzt aber ja geändert worden in der Schweiz. Und das ist, ich sage, wir haben in der Schweiz ein so ein restriktives Gesetz, dass wir eigentlich mit allen unseren Produkten, die wir produzieren, im tierischen Bereich, können sagen, es ist produziert worden mit gentechnisch freier Fütterung. Und das ist in der EU nicht so. Dort ist die Fütterung freigestellt, ob man gentechnisch verändert hat, soll ja, Maisfutter oder nicht. Und das ist schwieriger bei einem Produkt zu differenzieren. Sind das wirklich alles nur Kühe gewesen, die die Milch gegeben haben, die gentechnisch freie Fütterung hatten? Oder hat es eben auch noch andere Milch dabei von Kühen, die gentechnisch veränderten Soja hatten? Und bei uns ist das klar. Und darum schaue ich das als grossen Standortvorteil für unsere Landwirtschaft an. Und darum müssen wir in der Zwischenzeit viele andere Möglichkeiten, um eine Pflanze gentechnisch zu verändern, mit ganz verschiedenen verrückten Eigenschaften, die die Pflanze nachher hat. Und dort gibt es wahrscheinlich schon irgendwann einen Punkt, wo wir sagen, da müssen wir nochmal überbücher. Und der Gesetz schützt uns ja gewissermassen auch vor gewissen Risiken. Siehst du bestimmte Bereiche der synthetischen Biologie, welche dir Sorge bereiten oder wo du ein Risiko siehst? Was soll ich jetzt sagen? Wenn wir bei den herkömmlichen gentechnisch verändernden Pflanzen sind, habe ich das Gefühl, die Risiken sind an einem kleinen Ort. Sonst hätten wir riesige Probleme auf der Welt. Es ist aber für mich auch schlussendlich immer eine Frage vom Sinn, warum man so etwas macht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei den ganzen gentechnisch verändernden Pflanzen mit dem Bity-Gen schaue, also vor allem bei Mais jetzt zum Beispiel, wo man ein Insektizid oder eigentlich die Insekten bekämpft, dann muss ich einfach sagen, das könnte man ganz anders machen mit einer angemessenen Fruchtfolge. In den USA ist ja der Mais eigentlich so verändert worden wegen dem Kornbohrer. Und den Kornbohrer haben wir in der Schweiz auch, aber der kommt bei uns nicht auf, weil wir eine Fruchtfolge haben. Und in den USA und in Brasilien sowieso, wo nur Monokulturen sind, dann gibt es das Problem. Und da frage ich mich schon, ob man das nicht auf viel ökologischere Art und nicht technische Art könnte lösen, das Problem, indem man eine angemessene Fruchtfolge hätte. Bei den Sojabohnen, dort geht es ja vor allem um die Herbizidresistenz oder die Herbizidmöglichkeit, Herbizidspritzen für die Unkrautbekämpfung. Und auch dort ist für mich natürlich die Frage, ob das wirklich nötig ist. Wenn ich jetzt aber andere Sachen anschaue, die eben vielleicht kommen, wenn man eine Pflanze so beeinflussen kann, dass sie trockenresistenter wird zum Beispiel, dann muss ich schon sagen, das würde wahrscheinlich Sinn machen. Wo bei mir die Schwellen ist in dieser ganzen Frage, ist natürlich schon dort, wo wir nachher Rückschlüsse machen auf das menschliche Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Tierzucht schaue, ich habe vorhin gesagt, wir haben schon vor 25 Jahren in vitro-Fertilisation gemacht bei den Kühen. Und da hat es Leute gegeben, die sagten, ja das ist doch ethisch verwerflich und weiss nicht was. Aber man muss sehen, dass das eigentlich alles von der Humanmedizin kommt. Und wir sind nur Beiläufer und Versuchskaninchen in der Tierzucht von der Humanmedizin. Und bei der Humanmedizin, wenn man solche Sachen macht, die man dann vielleicht auch am Tier erforscht hat, das ist bei mir dann schon irgendein Punkt, wo ich muss sagen, sollen wir als Menschen so weit gehen, dass wir einfach alles möglich machen. Eben wie gesagt, bei den Kühen haben wir heute Genomanalyse. Das Genom vom Rind ist völlig entschlüsselt. Dann kann ich mit einem, wenn ein frisches Kälbchen auf die Welt kommt, kann ich mit einer Ohrstandsprobe einschicken, da gibt es eine Analyse, da weiss ich ganz genau, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wie schön das Uter das Tier macht, wie gross das Tier wird, was sie für eine Milchleistung hat und so weiter und so fort. Und diese Analyse, die mag sinnvoll sein bei einem Nutztier, aber wenn man das nachher irgendwann auf irgendeine Art auch mal beim Menschen anwendet und sagt, ah ja, jetzt wissen wir anhand von dem Embryo, das Kind hat einmal blonde Haare und braune Augen und der zweite Embryo ist umgekehrt und so, das sind für mich Grenzen, die wir nicht überschreiten. Du hast richtig angesprochen, es gibt nicht nur Chancen und Risiken, es gibt auch persönliche Werte oder persönliche Grenzen. Und hierbei sind natürlich verschiedenste Interessenparteien beteiligt. Wir haben die Forschenden selber, es sind die Gesetzgebenden, es sind die betroffenen Personen. Glaubst du in der Schweiz, der Austausch ist genug angeregt, dass wir miteinander wirklich die synthetische Biologie erfassen und auf eine nachhaltige Weise integrieren können? Ich bin der Meinung, dass das suboptimal ist. Also wenn ich sehe, wie einer von diesen ganzen Player in dem ganzen Game ist der Konsument. Und beim Konsument stelle ich einfach fest, der ist sehr, sehr schlecht informiert, was das eigentlich ist. Da tut man einfach aus dem Bauch heraus und sagt, ja nein, das ist nicht gut und fertig, das wollen wir nicht. Auf die anderen Seite ist der Produzent, also der Bauern. Ich weiss nicht, wie stark der Einfluss nehmen kann. Und bei der Wirtschaft bin ich der Meinung, da müssen wir aufpassen. Weil das ist ja auch ein Punkt, wo immer wieder angesprochen wird, von Konsumenten und Organisationen und von NGOs und was auch alles, dass die Wirtschaft einen starken Einfluss nachher hat auf gewisse, gewisse Forschungen, also auf gewisse Produkte, wo dann eigentlich die, ich komme jetzt wieder mit der Tierzucht. Also wenn wir reden würden, oder wir haben ein Beispiel bei der Tierzucht, zum Beispiel bei den Hühnern. Bei den Hühnern haben wir nur noch so Hybridstämme, die unglaublich leistungsfähig sind, also ein Mastboulet heutzutage. Das ist unglaublich, wie effizient das Futter in Fleisch umsetzt. Und auch bei der Eierleistung eines Huhns, wie das Eierleit, das hätte man sich vor 50 Jahren nie vorstellen können. Und das sind eigentlich Produkte, die hergezüchtet worden sind, von Unternehmungen und die haben das völlige Monopol auf diesen Errungenschaften, kann man sagen. Das Gleiche ist ja auch bei den Saagüten, bei den, ich sage jetzt, bei den Sojabohnen, bei den verschiedenen Marken von Sojabohnen, wo eigentlich die Wirtschaft oder die Firmen, wo die sie entwickelt haben, wo das Know-how auch gebracht und erarbeitet haben, zusammen mit der Wissenschaft, wo schlussendlich die Finger auf dem Saaggut haben und der einzelne Bauer ist praktisch genebelt. Das finde ich eine Entwicklung, wo wir aufpassen müssen. Ja, ich habe das Gefühl, das geht nicht in die Richtung, richtig. Schlussendlich, du hast es gesagt, Politik muss Gesetzgebung dementsprechend machen. Und ich finde es wichtig, dass vor allem die Forschenden, die eigentlich wirklich am Puls sind und wissen, was kommt allenfalls noch, und Politik, dass sie sich gut austauschen, oder? Die Wirtschaft setzt ja nachher im breiten Sinn um, auch die muss dabei sein. Aber schlussendlich darf man nicht vergessen, dass wir den Konsumenten richtig informieren müssen. Man muss schon sehen, rein von der, ich sage jetzt von der Umweltbelastung her, ist wahrscheinlich so ein BT-Mais vermutlich wesentlich besser als ein Mais, den man allenfalls mit Insektiziden spritzen würde, was man fast nicht machen kann gegen den Schädling. Oder ein Mais, wo man einfach davon ausgeht, dass 20% der Ernte kaputt geht, oder eben nicht erntbar ist wegen diesem Schädling, wegen dem Kornbohrer, der die Pflanzen anfrisst, die kippt um, der Kohlbe liegt am Boden, man kann das nicht mehr mit der Maschine pflücken. Und dann haben wir 20% Food Waste. Und das ist wahrscheinlich von der Umweltbelastung her auch nicht gut. Also von eben her gesehen, würde eigentlich so eine Entwicklung oder so ein Mais Sinn machen. Aber das sieht der Konsument ganz anders, weil er eben zu wenig informiert ist. Du hast auch angesprochen, die Forschenden sollten sich austauschen, nicht nur Politikern. Glaubst du auch, wir sollten uns austauschen, ich als Teil der Forschenden, wir sollten uns austauschen mit Kleinbauern, mit aber auch Grossunternehmern und dem Konsumenten, dass wir nicht gewisse Parteien überlaufen. Du sagst jetzt, dass der Bauer selber oft wirtschaftlich nicht gross profitieren kann von diesen Ergebnissen? Das ist sicher der richtige Weg. Und ich staune jetzt eigentlich, dass ich als Bauer und du als Forschende, dass wir jetzt da im Jahr 2020 am gleichen Tisch stehen und über das diskutieren. Aber das haben wahrscheinlich schon andere Leute von uns gemacht. Aber ich erachte das als sehr wichtig, weil schlussendlich ist der Bauer, gerade im Pflanzenbau, eigentlich der springende Punkt. Und wenn man dem Bauer sagt, ob das in der Schweiz oder in Südamerika oder in Nordamerika passiert, wenn man dem Bauer sagt, wenn du das einsetzt, hast du mehr Ertrag. Dann denkt der Bauer, der verdient nicht mehr. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder light. Das ist wieder light in den letzten 25 Jahren, weil schlussendlich haben viele wahrscheinlich profitiert davon, auch den Konsumenten profitiert, weil die Produktion günstiger geworden ist. Aber der einzelne Bauer ist wahrscheinlich der, der am wenigsten von dieser Entwicklung rein finanziell profitiert hat. Aber er steht im Fokus. Er steht im Fokus, welcher die Pflanzen anbaut. Es ist natürlich auch ganz wichtig zu betrachten. Wir reden viel über Landwirtschaft. Das ist absolut dein Schwerpunkt. Synthetische Biologie kann natürlich auch in anderen Bereichen angewendet werden. Es geht um Umwelteingriffe. Es geht um menschliche Gesundheit. Und eines der großen Probleme, welches wir als Forscher sehen, ist, wann kommt das Produkt tatsächlich an die Leute, die es brauchen? Oder wie erreichen wir wirklich das Ziel, was wir haben? Siehst du dann auch gewisse Chancen jenseits von Landwirtschaft, wo du sagst, da könnten wir als Forschende, als Betroffene miteinander den Austausch suchen? Also ich denke, wir sind in der, also da habe ich sicher mal ein beschränktes Wissen, so muss ich sagen. Aber wenn ich schaue in die Medizin, da wird schon sehr viel genetisch verändert produziert. Medikamente. Ich weiss es nur in der Tierfütterung oder Vitamine oder solche Sachen. Das interessiert der Konsumenten nichts. Also wenn der Konsument ein Medikament nimmt, das vielleicht auch mit einem ähnlichen System hergestellt worden ist, dann fragt er nicht nach. Aber bei den Nahrungsmitteln ist er sensibler. Ich glaube, die ganze Technologie hat ganz sicher eine Berechtigung in ihrem ganzen Spektrum, oder? Also bis eben Medizin, aber auch von der Umwelt her. Gut, dort sind wir dann schon wieder schlussendlich bei den Pflanzen. Was heisst Umwelteinflüsse, oder? Können wir schlussendlich eine Pflanze züchten? Dank Gentechnik, vielleicht auch dank neuer Technologien, wie ein CRISPR-Casso oder so, die kein Problem mit irgendeiner Krankheit hat. Also nehmen wir die Herdöpfel, oder? Wenn man wirklich eine Herdöpfelsorte herbringt, die wegen sämtlichen Herdöpfelschädlingen immun ist, dank CRISPR-Casso oder dank Gentechnologie, dann kann das schon, sofern es überhaupt keine Nebenerscheinungen hat. Aber ein Konsument sieht das wahrscheinlich zu wenig. Wenn man jetzt aber schaut, wie die Weltbevölkerung Nahrungsmittel braucht, käme man vielleicht früher oder später auch im Zug des Klimawandels nicht darum, solche Technologien anzuwenden, damit man noch genügend Nahrungsmittel produzieren könnte. Sprich trockenheitsresistente Sorten. Und das wird bei Konsumenten mühsen eingesehen. Es kommt mir ein wenig vor wie bei der Energie. Also alle reden von, wir müssen CO2-neutral Energie produzieren. Ja, es gibt eine Technologie und das ist Atomkraft. Aber da strecken alle zusammen die Hände und sagen, das wollen wir ganz sicher nicht mehr. Aber es wäre das Effizienteste. Und wie du ganz richtig sagst, die Konsumenten werden sich wohl oder übel anpassen müssen, anpassen können. Was ich glaube, was bei dir auch sehr heraussticht, was ich besonders wichtig finde, ist, dass es dir am Herzen liegt, dass wir souverän eine Entscheidung treffen können. Dass der Schweizer Stimmbürger, dass der Schweizer Bauer, Bäuerinnen, Stimmbürgerinnen, dass die sich entscheiden können. Glaubst du, es gibt noch einen wichtigen Punkt, welcher bis jetzt noch nicht genug erwähnt wurde? Nein, als Bauer in der Schweiz, aber auch als Nationalrat muss ich sagen, gerade in dieser Frage müssen wir unbedingt die Hoheit haben, in unserem Land zu entscheiden, was bei uns gilt. Nicht, weil vielleicht es anders, schlechter oder gesundheitsgefährdender oder weiss nicht, was es ist. Aber wir haben ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Schweiz. Wir haben etwas, das die anderen nicht haben. Und wenn wir wissen, dass in der Schweiz Produktion von Nahrungsmitteln sowieso im teuersten Umfeld ist, wo man sich auf der ganzen Welt vorstellen kann, dann müssen wir irgendetwas haben, das noch etwas extra ist. Und wenn es halt die Gentechtfreiheit ist, dann ist es halt das. Aber dann halten wir uns ab von 0815-Produkten, die rund um die Welt herumgeführt werden und können auch mit gutem Gewissen sagen, das ist «Made in Switzerland», das hat die und die Vorteile und darum kostet es ein paar Franken mehr. Und wir haben natürlich auch den Komponent der Selbstbestimmung. Wie du bereits gut erwähnt hast, der europäische Markt ist nicht einheitlich in seinen Regelungen. Wir haben in der Schweiz wirklich das Wissen, was steckt hinter unseren Produkten. Und ich glaube, das ist auch sehr wertvoll, wenn es dazu kommt, zu wissen, wo stehen wir hinter, wo stehen unsere Bäuerinnen und Bäuer hinter. Ich stelle fest, dass auch in der Europäischen Union, in gewissen Ländern, also Frankreich und Deutschland, die Frage von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln oder von gentechnisch veränderten Futtermitteln die Konsumenten bewegt. Aber die EU ist ein Markt, ein ganzer Markt. Und es gibt, nach meinem Wissen, immer noch etwa vier, fünf Länder in der EU, dort ist der Anbau von gentechnisch veränderten Futtermitteln erlaubt. Und weil es ein Markt ist, kann man eigentlich das gar nicht genau unterscheiden. Also man kann eigentlich gar nicht genau sagen, wenn du den Käse von Dänemark kaufst, dann ist er ganz sicher produziert worden mit gentechnisch freier Fütterung. Das stimmt nicht unbedingt, weil die Futterflüsse, die laufen über ganz Europa, da kann niemand garantieren, was herkommt. Dürfte ich dich noch bitten zu einer letzten Ausführung, synthetische Biologie und die Schweiz, sind wir auf einem guten Weg? Dank unseren Hochschulen, dank unserer Forschung sind wir sicher an der Spitze vor dabei, behaupte ich jetzt. Das darf man nicht verlieren. Also ich glaube, die Forschung muss bei uns da wirklich auf einem hohen Level weiterfahren, weil ich habe es vorher in den Gesprächen gesagt, es gibt für mich irgendwo Punkte, wo ich sofort sagen muss, jawohl, da müssen wir jetzt einsteigen. Wir hatten ja das Beispiel von dem Golden Rice. Das ist auch etwas, wo wir eigentlich gemeint haben, das ist jetzt die Lösung für den asiatischen Raum, mit dem genmodifizierten Reis. Ist aber, glaube ich, im Sand verlaufen, wenn man schaut, das war wahrscheinlich nicht der grosse Wurf gewesen. Aber es gibt Eigenschaften, wenn wir diese in eine Pflanze bringen und am liebsten bringt man es mit normaler Züchtung, wenn das nicht passiert, dann haben wir heutzutage die Möglichkeit vom CRISPR, wo man eigentlich etwas rausnimmt, etwas rausschneidet im Gen und nichts Fremdes muss reinsetzen. Und vielleicht die letzte Variante ist dann, wenn man irgendein Fremdes Gen in eine Pflanze rein oder in ein Erbgut rein tut, wie man es zum Beispiel bei dem BTM1 gemacht hat. Das ist für mich eigentlich das Unsympathischste, weil man nicht genau weiss, ob es vielleicht nicht irgendwie doch eine Reaktion oder bei der Freisetzung irgendwie ein Problem geben könnte. Martin, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen. Herr Martin Haab hat natürlich mit seinem starken landwirtschaftlichen Hintergrund und Erfahrungen, als auch dem politischen Kontext, eine sehr wichtige Perspektive offenbart. Ich glaube, dass wir als Forschende, als auch als Akademikerinnen, Akademiker, als Konsumenten, Konsumentinnen, alle die Verantwortung tragen, den Austausch miteinander zu suchen, um das Thema der synthetischen Biologie auf nachhaltige Weise nicht nur in der Schweiz, sondern auch global zu integrieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich.